Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Session in Loneco. Jetzt blubbert er mir hier rein. Ich verpisse mich mal schnell. Wir sollen hier irgendwie in den Reaktor rein und Moment, ich kann mal eben gucken, was genau wir tun sollen. Starte den Hop-Reaktor, genau. Und was haben wir hier noch? Erreiche die Barke, das können wir uns schminken und die Lebenserhaltung müssen wir auch starten. Ja, in der letzten Folge habe ich hier einen kapitalen Fehler begangen. Ich habe ein Headset angeschlossen, also Kopfhörer und da war auch ein Mikrofon dran. Das heißt, das Mikrofon wurde dann, ja, der Mikrofon-Ton wurde dann davon genommen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier das Index-Mikrofon erwischt habe und dass die Tonqualität auch entsprechend besser ist. Ich habe versucht, das so gut, wie es nur eben geht, rauszuholen. Es klingt halt ein bisschen raumig. Aber, naja, das sind dann, glaube ich, die letzten zwei Folgen. Leider. Bisschen beschissen. Aber, ja, so lernt man dazu, ne? Unbekannt ist ja auch jetzt gelogen, ne? Strahlung ist hier aber keine. So, wir sollten vielleicht den Laser mal wieder anmachen. Falls wir hier wieder schön Sporen hier in der Gegend rumfliegen haben. Genau. Und da, ich habe, äh, das sieht man vielleicht, ich habe Smooth Turning entdeckt. Yay! Ich habe es mal ein bisschen runter geregelt, weil es ist dann doch ein leicht Disorienting. Ne? Vielleicht auch eine Framework-Geschichte. Aber, naja, das kann ich ja hochregeln, so wie ich es dann mal für nötig halte. Später. Gucken wir mal, wie sich das so ergibt. So, ich behaupte mal, dass wir da durch müssen. Hier sind doch schon die ersten Sporen. Wunderbar. Ein Traum. Ein absoluter Traum. Ich gebe jetzt einfach mal Gas und versuche mich hier durchzumogeln. Was super klappt, denn hier geht gleich unbekannt garantiert wieder auf. So, und jetzt muss ich mir natürlich abgewöhnen, hier diesen Griff machen zu wollen. Äh, hier den, 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 den Snap-Turning. So, was sollen wir denn tun jetzt? Was können wir tun? Starte den Hauptreaktor. Aktiviere den Hauptreaktor, um das Lebenserhaltungssystem mit, sehr wahrscheinlich mit Strom zu versorgen. Und statt das Lebenserhaltungssystem, wenn man atmen kann, starte den Hauptreaktor neu. Such. Gehe ich da vielleicht lang? So, if you're from the future, what happens to us? That information is of no strategy. We are all dead. Of course. Was sonst? Do I have to pull rank? Official records indicate Kronos 2 was destroyed by an unexplained spatial phenomenon. Olivia Rhodes was designated missing in action. There is no mention of Jack. That's not exactly encouraging. Apologies. I am programmed for fire control and tactical models. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einfach in die Zukunft entschwindet mit dem Schiff. Deswegen ist sie verschwunden. There is no mention of my arrival in your time stream. So accounts of the incident are at best incomplete. If I believed our plight need to be hopeless. I would classify this operation as selfish, not rescue. So. Ah, guck mal, hier kommen wir rein. Oh, thank you. Da habe ich auf die Menü-Taste geklickt, das wollte ich nicht. Schon wieder! Lass das! Shields at 95%. Da dotzt mich hier einfach so ein Ding an. Was soll das? So, das ist nicht hilfreich, dass hier überall Schrott rumliegt. Hallo? Ich möchte bitte, wenn ich da hinziele, dich auch treffen. Dankeschön. Dankeschön. Dass die so schnell zerplatzen. Also das ist tatsächlich so ein bisschen der nervigere Teil von dem Spiel. Dieses Ganze, ne, rumnavigieren, okay, aber halt das Ausweichen von diesen kleinen Dingen und dass dann auf einmal ich da tot explodiert werde. Wachita, EA, Python, EWA, Eingabe-Ausgabe-Pylon. Noch einer. Die Schraubung hier ist signifikant. The added energy of the ship's electrical systems appears to stimulate the biomass. So, it's feeding on the systems, we're about to reactivate. So, Krüa, James. Verstorben. Kranialentzündung. Quarantäneprotokoll. Weg dotzen kann ich die leider nicht, da ist der nächste. Dixon, Anthony. Vielleicht sollte ich dann doch mal hier oben lang. Puh. Nicht da, wo die Knospen sind, hier diese. Obwohl ich mich gerade in Frieden lassen, vielleicht kommt das alles auf dem Rückweg hier wieder auf mich zu. Dann mal noch einen. Und den kann ich nicht scannen, weil der Datenport zu ist. Nun ja. Stirb. Ja, natürlich. Ich habe jetzt kurz gedacht, dass das hier pulsiert, aber das sind die Schatten, die hier laufen. Ja. Raumanzug. Da. Christian Vieira. Hallo, Christian. Huch. Da ist der nächste, den wir nicht scannen können. Schade. Vielleicht sollte ich mich immer wieder gerade hinstellen. So. Was ist das? Induktionspanel. Da stehen die auch noch ein Induktionspanel. Das ist gut, kann ich mein Schild wieder aufladen. So, ich kann da lang. Ich kann da lang. Ich kann hier Strom verteilen. Okay, da werde ich jetzt auch erstmal nichts tun können, sehr wahrscheinlich. Dafür müssen wir dann hier Zeug machen. Ui, da ist was. Das können wir scannen. Die Tür können wir auflassen. Ah, hier, guck mal. Ah, und dann kommen wir von der anderen Seite sehr wahrscheinlich auch dann da rein. Ach so. Was ist das, wenn ich den jetzt hier mache? Ach, verdammt. Das habe ich befürchtet, ey. Scheiße. Reboot initiiert. Jack? Was hat passiert? Ich murre. Meine Schild wurde durch die Biomasse infectiert. Infectiert? Ich glaube, es ist ein gutes Ding, dass ich ihn nicht zugezogen habe. Das ist richtig. Aber das ist irgendwo auch wieder schade. So, kann ich den von hier oben scannen? Ja, kann ich. Ja, kann ich. Licht sollten wir auch anmachen. Den scannen wir. Den scannen wir. Neue Pylone. Generatorsteuerung. Okay, du bist bestimmt dran. Oder auch nicht. So, ja, die ist doch voll. Da ist noch eine Ladestation. Warte mal. Da ist einer. Bleib stehen. Dann komme ich hier nämlich wieder raus und kann mich aufladen. Jo, das heißt, wir haben da drei Batterien. die hier irgendwo rumliegen. Da muss einer hin. Das fliegen die jetzt hier irgendwo rum, oder was? Ja, ja, ja. Ich weiß halt nicht, ob ich die Dinger hier wegbrennen kann. Also, ob ich hier einfach ganz langsam dann hinkomme. Bloß nix anfassen. Da hat mich doch das Tracking tatsächlich verlassen. Ich glaube, das liegt dann eher daran, dass ich hier noch irgendwie reflektive Oberflächen hier habe. So, vorsichtig. Ja, danke schön. Das habe ich gebraucht. Genau das habe ich gebraucht. Ne, war nur ein Griff. Wo tue ich denn die Batterien rein? Wo tue ich die Batterien rein? Weil da ist eine Leere. Da, Ladestation. Aber warum Ladestation? Ich muss doch... Die ist doch geladen. Ja, ist ja gut. Sind auch ein wenig nach draußen. Wo kann ich denn die Powercells rein tun? Reaktorsteuerung... Da an der Seite ist eine 1, 2, 3, okay. Dann heißt, ich muss die holen und darüber tun, okay. Das sollte ich hinkriegen. Ne, es ist halt immer eine Was will das Spiel jetzt gerade von einem? Kann ich noch irgendetwas über das Ding... Ja, ist mehr als genug. Ich würde mal sagen, das ist das hier. Oder? Ne, es ist die Plasmasteuerung. Also, look for a Control Panel nearby. Dann gibt es hier wohl doch noch mehr. Wo ist denn ein Control Panel nearby? Auf jeden Fall nicht auf der anderen Seite. Da ist ein Control Panel nearby. Ja, das ist das, was ich nicht mehr so gut bin. Ja, dann mach mal. Ich warte so lange. So, dann mach mal den Generator hoch. Start klar, Kollege. Oder muss ich jetzt hier noch irgendwann machen? Starte den Hauptreaktor hoch. Aktivieren den Hauptreaktor um das Lebenshaltungssystem in Strom zu versorgen. Also muss ich doch noch was selber machen. Von wegen, ich starte den mal, ne? Ja. Strahlung geht hoch und nix ist hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017